Was in dieser Folge passiert? Liga, er hatte richtig Hoffnung auf ne Waffe. Ja! Och, das tut mir leid. Nein! Bruder, das war so hässlich von mir! Oh, der hatte den neuen Shotgun! Als ob! STH, Emotika und dreimal Nütze lang! Wunderbar! Was ist da los? Hier ist der Schmocki! Und heute gibt es ein leckeres Gameplay mit der neuen Shotgun. Die ist ja gerade eben rausgekommen und ich dachte mir, ich hab ne Woche nicht hochgeladen. Es wird mal wieder Zeit für ein Gameplay, Freunde. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall Like und Abo da! Aktiviert die Glocke! Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr bei mir eigentlich am liebsten seht. Schreibt mal echt unten rein, was ihr von mir sehen wollt in Fortnite. Wird mich echt interessieren. Und jetzt habt ganz viel Spaß beim Video. So, Freunde. Wir landen hier bei den asiatischen Kuschelbär-Roboter. Und werden probieren, die neue Shotgun hier zu finden. Ich bin gespannt. Ich nehme hier direkt mal die graue Pistole, weil damit fühle ich mich direkt mächtig. So, Metz hier noch. Auf ganz entspannt, Freunde. Hier, zack. Ich bin gespannt, was das Ding drauf hat. Ich geh jetzt erstmal runter. Ganz entspannt hier. Zack. Die Reiner kriegt erstmal einen Headshot. Okay, die Barbara. Die wollte es wissen. So, gibt uns hier die angenehme Tommy-Gun. Okay, hier wird viel rumgeflogen. Ich sehe schon. Aber ist nicht schlimm. Oh, wir haben den noch bekommen. Nice. Ja, auch verdient. Okay, jetzt haben wir das ultimative Clip. So, der wird auch noch kurz weggelasert in der Luft. Und hat eine schöne Sniper von uns. Die gönnen wir uns auch. Da ist noch was. Ein Baller. Ohohohoho. Das war fast unser Tod, Alter. Ach du grüne Neune. So, wo geht es hier ab, Freunde? Da vorne, sagste? Okay, angenehm. Was ist er? Er ist komplett lost. Nein, Bruder. Wirklich? Wirklich? Der ist wahrscheinlich wieder ins... Wo? Junge, wo stehst du denn? Da. Aber 8 HP, Freunde. Ich glaube, das war's. Ist der hier drin? Der ist hier drin. Ekelhaft. Naja. Hab ihn. Direkt der nächste. Digga, er hatte richtig Hoffnung auf ne Waffe. Also, ja. Okay, 8 HP, Freunde. Äh, 8 HP. Gar nicht gut. Jetzt die Frage. Wie kommen wir hier raus, ohne abgestoppt zu werden? Okay, Freunde, es gibt nur eine Mission. Wir brauchen Heal. Erstmal muss ich mich hin, bevor ich hier wieder... Nein! Oder was ist das Timing? Ja, er weiß es, dass ich mich win. Du kannst auch noch 100 Magazine hier draufsprayen. Okay, in die Zone wollte ich ehrlich gesagt nicht. So, hab ich dich. Okay, der war nervig. Wollte natürlich unbedingt sprayen die ganze Zeit. Aber wir haben immer noch nicht die neue Shotgun. Das triggert mich ein bisschen, um ehrlich zu sein. Wir müssen doch irgendwo die neue Shotgun finden. 40 Stunden später. So, Freunde, gefühlt 40 Stunden später habe ich immer noch nicht die neue Shotgun. Das kann doch nicht sein. Wieso hat die denn keiner? Da. Oh, vielleicht hast du sie. Das kann jetzt kein Profi sein, oder? Der hier so rumsteppt. Ist der hier drin? Da ist ein Baller. Digga, diese Public-Baller, ne? Die triggern mich auch richtig. Bruder. Ich komm, du gehst, oder was? Ja, jeder Snipe gerade auf mich. Ich sollte hier nicht bleiben. Ich folge ihm mal. Was ist das denn hier? Das habe ich auch noch nie gesehen, das Gebäude. Oh, das tut mir leid. Nein. Bruder, das war so hässlich von mir. Oh, der hatte die neue Shotgun. Als ob. In Gold. In Gold. In Gold. Ballert schon rein. Junge, du bist der nervigste Mensch. Ja, so verdient. Mein Gott, hast du das verdient. Junge, was ist das hier? Ist das hier Sniper-Battle? Einer links oben, einer rechts oben, oder was? Und hier in der Mitte auch noch Action. Der wurde jetzt auch gesniped. Hä? Kann doch nicht sein. Junge, wie oft willst du noch wegfliegen? Stirb. Ja, verdient. Einfach nur verdient. So. Drei Leute noch. Wir müssen jetzt pushen. Boah. Okay. Also vom Schaden her, glaube ich, ist die krank. Da fühlt es sich irgendwie krank an. Also, tut auf jeden Fall weh. So viel steht fest. Die Frage ist, ist die Range auch gut? Ja. Okay. Sein Bloom ist nicht das Beste. Das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe. Auf dieser Welt. Aber, naja. Niemand kann gutes Bloom. Okay, sie schießt ultra langsam, aber dafür bombt die richtig rein, die Shotgun. Holy Crap, Alter. Also, davon würde ich nicht getroffen werden. Aber schießt sehr, 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 sehr langsam. Nee, jetzt ist ganz schlecht. Obwohl, Odoman ruft mich gerade an. Ich gehe mal ran. Hallo, Odoman. Snooki. Hi, Odoman. Ich bin gerade in der Aufnahme. Willst du noch was Nettes sagen? Äh, ich bin sein Odoman. Okay, alles klar. Danke, Bruder. Ich muss jetzt kurz den letzten können, ne? Hallo, ciao. Geiler Kerl. Okay, 36er sind schon gar nicht so schlecht, ne? 13er auf die Entfernung. 14er. Joa. Ist jetzt keine Kombitschrote, aber macht schon mehr Damage als die Swamshotgun. Ah. Ach, du Scheiße, Alter. Okay, war's ein Ende, Freunde. Ich würde sagen, ja. Fazit. Wird die Combat Shotgun wahrscheinlich nicht ersetzen. Aber macht auf jeden Fall Damage im Nachkampf. Und, äh, ja. Wenn es dir das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Ich lese jeden einzelnen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.